Das war doch schon... Achso, ich muss hier durch. Halt. So. Verfehlt. Ich geh jetzt hier durch. Lass mich in Ruhe. Endlich ein Stück weiter. Warte. Was für ein Akt. Wer haut hier wehen? Sekunde mal. Feuer! Verfehlt. Ein Dritter. Warte. So. Und nochmal. Und er. Hauti. So. Was? Wo kommt das denn her? Wo kommt dieses kleine Miststück her? Oh yeah. Halt. Hör auf. Falsch. Auf Freude. Wo ist sie denn? Was? Warum? Sekunde. Man macht doch keinen Mist. Was geht denn los hier? Burn, baby. Hör auf. Guck mal, kommt. Wo kommen die jetzt mal? Komm, halt auf. Ach, gegen was sind die so allergisch? Schöten mal. Ich gucke aus, nichts vertragen. Ich gucke aus, nichts vertragen. Oh, ich treffe den Grein gar nicht. Kraft des Lichts. Gut. Dann geht's ein bisschen von dem. Holy shit, der hat abgewehrt. Alter! Was für ein Drecksack. Dann müssen wir was anderes machen. Was machen wir denn da jetzt? Dann... Ach, ist uns egal. Machen wir mal hier Blitz. Flur Goals. So, hier ist Ende. Der denn her? Ja! 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 Wann er hier? Tete-te-te-te Aufhorn! Aufhorn! Wieso bringt er denn nichts? Ich hab das Gefühl, das sei alles völlig sinnlos. Das ist doch mal was. So, okay. So, wir sind beide da. Was? Ach ja! Umbra heißt der? Der Blob? Ich weiß gar nicht mehr, was hier wirkte. Ich glaube... Ich glaube bloß. 119? Ja! So, dann mach ich mal. Ich kann mir aber einen Weg zu fassen. Kraft des Feuers. Alles klar. Dann kann sie ja auch da was dazu beitragen. Ich bin gleich so knapp. Ich bin gleich so knapp. So. So. Dann hier. Da fehle immer. Zieh keinen anderen mal hin, doch... Nee, kann sie nicht. Oh ja. Oh ja. Hm. Ist eh gar nicht platt. So. Ich glaub das war's. Noch nicht? Okay. Ja. Ey, der ist losgelassen. Komm schon! Immer noch nicht. Ah! Der doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wackelpudding. Irgendwas. Fling! So. Was bekommen wir jetzt? Erstmal nix. Ah, doch. Einen ganzen Ort. So. Hey! Wieso denn Oma? Wieso denn Oma? Schrift erhalten? Wird mal eben das Schwert nutzen, um den Samen zu versiegeln? So sei es. Schwert und Samen sind im Einklang. Nun gut. Dann gehen wir zurück. Und zwar... Per Express! Ja! Wir sind wieder draußen, liebe Freunde. Haha. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich hab die Peitsche fast oben. Was hatte sie denn? Achso, ja. Sie ist jetzt damit beschäftigt. Man sieht den Handschuh auf 5. Und hier. Ich hab die... Jetzt hab ich die... Äh, Herr. Und hier der Zwerd. Ist aber auch doof. Aber ist eigentlich egal. Ich gehe mal eben hoch. Und ich würde mal gerne kurz die Orbs eintauschen. Was heißt eintauschen? Ähm, wo war er? Wo war er? War er hier? Bin mir gar nicht mehr sicher. Hier war er schon noch nicht. Warum ich hoch? Na egal. Ich kann auch bei Raffi gleich Weihmisse kaufen. Hier, ne? Irgendwo. Oh, zu. Oh, yo, yo. Von Kastor. Jaha. Und zwar... Silberball. Oder? Nicht? Auch nicht? Oh, nicht. Metallhandschuhe. Jawoll. Was haben wir noch? Der... Da waren es nur zwei. Na gut. Besser... Besser... Das als nix. Sprich, wir haben jetzt... Den Handschuh. Das ist doch super. Ui, ui, ui. Der sieht aber fies aus. Und ich müsste dann, äh... Okay... Scheint der Mond so hell am Morgen. Tieren und Schleimmonster sind jetzt mit dem Handschuh dran. Na gut. Aber sie kann ihn zumindest auf sechs machen. Ich müsste... Eigentlich müsste ich jetzt hier... Äh... Ja... Ich mach die Beitsche zumindest noch auf... Fünf. Dann kann ich die Lanze immer noch auf sechs machen. Und Speer, besser gesagt. Die einzige vernünftige Waffe gerade gegen die Viecher. Aber... Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt Lunette. Eine Welle der Dunkelheit. Oh, jetzt kann ich immer MP saugen. Das ist ja schon mal super. Was? Tor der Finsternis. Acht Punkte. Ach, sie hat ihn gar nicht. Oh, die Kleine. Ich wusste es gar nicht... Ach, Mann. Komm herauf jetzt hier. Wieso kostet der acht? Ich check das mal. Und jetzt... Einmal Magie absaugen. Schnapp ihn dir. Hä? What? Ach, Magie-Bang. Oh nein, dann hab ich jetzt... Ach, das hättest du immer nicht verbraucht. Ich stepp. Ich stepp. Shane, he needs your help. Schnapp, das ist gut. Nachdem. So, wieder einmal hoch. Bitte gehen sie weiter. Außerdem, ist sie jetzt auf die Mitgescheidung? Ich muss mal, was ist das? Aber was ist denn für mich zu sagen? Ist das heiß? Ja, wir können auf, oh, wir können bis Stufe 5 jetzt. Super. Dann heißt es jetzt wieder... Zauber hoch. Pushen. Komm schon, jetzt mach doch mal hier. Aber ich hab nix mehr. Und wir nehmen, wir nehmen doch, wir haben noch ein bisschen. Er wird nicht hier. Tschüsschen. Du? Nein. Ich brauche... Eine Nuss. Eine Nuss ist Nuss. Nussinuss. Was soll ich hier? Was kann ich hier machen? Ein bisschen Feuer. Und hier kann ein bisschen... Eis. Feuer und Eis. Guck mal. Wieso zieht das nicht? So, wir gehen wieder hoch. Best möchte. Was ist ihr für 아직? Das GUMix für adult. Ist ein Ball � 이거. Und meincrochen hier. Ist ein Letziger hier... metrics für das ford... Das... krass. Küken! Küken! Pflanze! Halt noch ein Küken! Ja... Na gut. Ich bin wieder. Die Beitschehe sind... Hm? Schauen wir mal. Ich fahre gleich noch mal in die Richtung. Ist hier noch nie rum? Dann eben beide da fliegen. Oh, ist hier platt. Hier links. Oh, kommt mal ein Küken angehoppelt. Hallo! Platt. Ja, wir nehmen noch was. Pass auf, und zwar... Ich kann ja so speichern. Nehmen wir doch den hier. Und... ja... Wir verkaufen als erstes mal... ...die Rüstung hier. Ach, 7000, doch nur. Geld. Ja. Der braucht sich gar nicht. Nö, das war's. Bitteschön. So! Na, nein! Jetzt bin ich drüber! Jetzt, wo er da diese Kiste liegt. Muss noch mal rüber. Es tut mir leid. Ich kann die Kiste dann hier aber so stehen lassen. Das geht ja gar nicht. Auch wenn's nur eine Heilkraut war. Seht ihr auch... ...die Kiste ist eigentlich... ...undne Rüstung mit. Tolle Rüstung-Fielen-Stand. Freeze! Wieso leben wir hier noch? Wassal ich... ...ist doch nicht zu fassen hier. Was? Ach, komm hier noch ein. Komm hier noch ein. Komm hier noch ein. Immer noch die Tür. Toll. Toll. He left for Gold Isle. It's not far if you fly. Gold Isle is to the north east of here. In the middle of the ocean. Heeeeh. Du Penner. Nord-Ost.